wir warten bloß auf dir gar nicht wahr also ich kann mich schon bewegen warum richtig nicht ist bei mir noch etwas bei mir noch offline angezeigt etwas im spiel im spülen so die nummer warte mal warte mehrmals andersrum geht schneller da kann ich aber ganz kurz auch noch mal die freundschaftsliste rein ich glaube da ist das problem steht im unsichtbar den stadt sich resettet jetzt weil ich das spiel untergeladen hatte über nachts war auch keiner sehen dass er online ist oder wie man proben ja ich bin habe nicht so sozial und um einen status so einstellen wie er ist nicht vorhanden kann das unter dieser nummer ja genau aber immerhin man kann den entstand machen so gucken wo es lang geht ach ja meistens immer der nase nach der pinsenbeißheit heute wenn er eine nase hat die um die ecke geht dann läuft aber im kreis links oder rechts renne kultur mit nur hin ja ich habe dann ausrufezeichen vor mir das möchte ich gerne kassieren ich wollte eigentlich nicht den tag träger fahren spielst du das falsche spiel solltest landwirtschaft simulatoren spielen das ist ganz schön komplex ja gar nicht und einmal drin steckt eigentlich nicht welche sau ganz genau warum rennen wir jetzt hier eigentlich rum nicht acht wegen dem symbol da guck mal da documenti 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 nächstgelegene ansatz so dann hacken wir mal wo rennst du hin kommen wir wieder zurück danke so was los ja hier ist noch was was grünes ja das habe ich gesehen ja das sind wir doch machen kann man direkt machen das ist ein dokument ein bisschen hacken und so was in richtung ist ja das ist ja ein bisschen anspruchsvoller wenn ich mich rechte sind du musst ja wieder gleich los rein irgendwo hin ist jetzt nimmst du tust du oder ist das verteidigung oder soll ich kann die verstärkung rufen ruft nur die ablenkung jetzt welche tust du mal das noch gleich was da ist doch so einfach ablenkung habe ich ja kommt von der straße und hinter uns quasi und los geht's ach so verteidigung ist das das ist sehr entspannt darauf zu bluten ich hab mal schast verfahren auf die glocke in dem glockenturm geschossen die glocke ist okay ich habe einfach gedacht oh ja die macht vielleicht von hat sich hat wirklich eingetroffen was erfolgreich die glocke weiß ich nicht ob die glocke erfolgreich war ich sage nein wir wurden freigebunden und wir dürfen nicht in kenne stehlen hm hm, wir scheppert es aber naht wir auch leuchtet den hm ja, gewonnen würde ich sagen schönes Ding das mörsert der mörser wenn er schon mörsert hm so, gehts als nächstes hin da 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 ja, ich bin am gucken hä, echt jetzt? was denn? eigentlich war vernünftig gespawnt, würde ich sagen ja, ich war gerade auf der Karte gewesen doch die nächste du hast ein Handy vor der Nase neben der Sonne die gleich hier in der Nähe ist hm hm ja, wir müssen noch mal eine Idee suchen mal, dass wir wieder getrennt laufen können ja, wie gesagt äh 3a rechts daneben ist noch eine nebene die grüne war da was? 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 6 7 6 6 7 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 12 12 13 14 15 15 15 15 12 15 15 15 Ab, tschüss. Hey, wo sollt'n hier hin? Sollt'n hier die gut. Über den Berg. Der Berg ruft, yo Leute. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Wenn ich euch kurz rütt, dann schwenk das in der Schacht hier. Grün? Ganz sicher. Folgt mir. Und grün? Ja, zum grün. Acht mit dem auf, müssen wir baffeln, ne? Hier kommt ein Funkfahrzeug. Hm. Typen sind raus. Scheiße, der Handy stand im Weg. Quäumt ja schon wieder. Der Handy kann es nicht mehr. Ne, jetzt ist er am Arsch. Ich brauche eine Sanitöse. Na ja, ich sag die Tür nicht gleich. Na ja. Weiß ja nicht, was wir an dem verqualmten Ding noch holen wollen, ne? Hi, Mann. Na? Ja. Ja. Wo liegst du da so? In Ordnung? Doch nicht alle. Ich fühle mich so belästigt von so viel. Wir wollten zur Beerdigung kommen. Guck mal, zwei Hedis. Komm mit. Ja, wir wissen. Jetzt. Also, grüner? Ja, warum hast du schon wieder was anderes? Wir sind immer noch nicht beim Grünen. Welche Grünen sind jetzt angewählt? Stehen da, oder? So, ich halte den Heli im Auge, falls am Heli einsteigen wäre. Okay. Soll ich den schnell schnappen? Ne. Gut. Pass auf, da sind aber zwei. Die müsst ihr leise wie möglich ausschalten, ne? Ah jo. Einmal ein gepanzert und einmal ein normaler. Ja. Dragon. Vorsicht. Schnapp dir mal den Heli, die Möhre. Dann kann er die mit abhauen. Was man bloß noch gefunden hätte, neben die Ecke. Da steht aber nur noch ein Fahrzeug. Hä? Wo sind die ja? Neben dem Haus. Achso. Hups. Vorsicht. Ich hätte ja gerade gesehen. Da ist es da draußen. Es ist da draußen. Achtung. Habe ich. Ich halte hier meine Waffe schon ins Ohr. Hm. Na ja. Ja. Einfach abgeschlossen. Warte mal davon ist ja. Links. In der Bude gibt es noch ein paar Sachen. Ja, ich sehe es gerade. Hier oben. So was? Ne, oder? So, warte. Geh noch mal rein. Ja. Hier lag was. Mal ganz kurz. Ja gut, das hast du hier schon genommen. Bei unseren Heli und. Ne? Und äh. Hier hinten lag auch noch was. Mal ganz kurz. Ja, das habe ich auch schon. Passt. Dann unten gab es noch was. Und zwar hier. Ja, das ist aber auch schon weg. Okay. Haben wir sonst noch was? Ne, sieht nicht so aus. Sitze. So, bei dem muss man noch ein paar labern. Ja, um den Rosinenbomber fliegen zu dürfen, müssen wir wahrscheinlich mit dem Typ palabern. Ich weiß gar nicht, ob das für den Mob fliegen können, weil der sieht so unfertig texturiert aus. Keine Ahnung. Äh, was ist jetzt los? Mal ganz kurz noch mal in die Audios reingucken. Wo wollte denn der jetzt hin? Äh, ne. Noch nicht. Nein. Wie noch nicht? Die Quest noch nicht machen. Das wird aufhören. Hä? Oh nicht. Das ist eine DLC Quest. DLC Quest? Ja. Die bezieht sich darauf für nach der Story. Achso. Ich glaube nicht, dass die euch selber die Story spoilern wollten ein bisschen, oder? Aber ich weiß nämlich selber gerade nicht, was da passiert. Na gut. Ich glaube, ich bin ein bisschen doof, wenn ihr euch jetzt nicht so viel spoilert, oder? Na. Also zwei Nebenquests könnt ihr machen, wenn ihr sie findet. Hm. Wört euch aber nicht verraten, wo die ist. Weil eine ist definitiv versteckt, aber auch mit Absicht versteckt. Und äh, die andere ist die von Sam Fischer, die spoilert die Story nämlich nicht. Mhm. Weil die gehört eigentlich mit hier rein, aber die haben sie nachgepatcht. Was ist das jetzt hier? Ach, wieder sowas. Deaktivieren, deaktivieren. Äh, ja. Park damit den Indy direkt daneben. Park nicht so weit weg. Warte, wir machen schon. Bleib hier drinnen. Na. Mal kurz ein bisschen eingreifen. Mal schnell helfen. Hau. 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 Wir lösen. Wir nehmen dafür nur deiniga Fenster. Non. Gut gemacht, es wird leichter für die Rebellen, wenn das Katelli-Restellung nicht mehr durchführt. Das ist jetzt echt ein, weil der die Waffe nicht gewechselt hat, mit nachkampfen und Scharfschützen, die wir nutzen. Kann man mal machen, ne? Ja, kann man, sollte man aber vielleicht nicht. Ah, Munition. Ich sag nicht wegen drei Schuss. Aber übrigens, Bash, bei den anderen Teilen kannst du sogar einstellen, ob du Munition verlierst, wenn du zwischendurch nachladest, ne? Ich fliege. Also das Spiel kannst du richtig auf realistisch einstellen. Okay, krass. Alter, ist nix mit R-Spam. Wenn du es eingestellt hast, ist die Muni weg. Wenn ihr bloß in der Muni raus ist. Ich glaub, ich hab das sogar so eingestellt. Für A, bitte? Also, glaub ich, auch spezifisch für jeden. Ich weiß das gerade nicht. Dann würde ja Sinn machen. Ähm, Mörre, wir gehen da hinten. Was war das? War zu tief. Ich erkenne eine kleine Gruppe Gegner. Oder hier hinten ist er gehen, an der Spitze da, oder? Ja. Ich erkenne eine kleine Gruppe. Oder willst du auf ein Dach? Ah, nee, Dach sind gerade zwei. Nee, nee. Die muss man mal wegholen, da. Hm. Sieht nach Spaß aus. Warum qualmt denn der Heli schon wieder so? Hast du eins? Eins hätte ich. Gut. Drei, zwei, eins. Das ist noch ein Scope. Hey? Die zwei. Jetzt müssen wir die zwei finden. Danke. Ernsthaft. Was denn? Ernsthaft. Alter. Geht doch. Weil es ist schon ein bisschen muschig, aber... Geh' ich keinen Schalldämpfer mehr ran, weil es bringt nämlich nichts. Schalldämpfer und Scharfschützengewehr bringt nichts, Mörre. Weil? Die sehen dich sowieso nicht. Die haben im Grundprinzipiell eine Irreführung drin. Wenn man jetzt nicht gerade fünfmal... ...auf einen Typen schießen muss. Na, die Anabalag habe ich schon mal aus ihm gemacht. Shit. Da unten sind die alle gewesen. Fuck. Das sind echt viele. Das hätte er vielleicht nicht machen dürfen. Ich komme gleich runter. Ich dachte, das wäre weiter weg. Da in der Hütte ist einer drin, aber... Ja, hätte ich mir auf die Karte geguckt. Oh, stimmt. Ich muss mal gucken, ob ich hier im Minimab mal ein bisschen mehr im Ansichtfeld holen kann. Komme ich hier runter, ohne mir weh zu tun? Ja, ich muss erst mal rumlaufen. Weil ich denke mal, Mörre will den Heddy da mitnehmen. Was ist unseren? Möhm... Na, du musst aufpassen bei mir. Ich lieg an der Ecke und um die andere Ecke, hintenrum, da ist noch einer. Weiß ich schon gesehen. Diesen Fall ist gut, aber danke der Info. Ja, oben auf dem Berg sehe ich alles. Ja, aber um 1, 2, 1 Meter hochstelle. Der Berg ruft. Zu viel K2 gehört. Boah, Gatling. Wusste ich, dass da noch einer hier drin ist. Danke. Den meintest du. Echt jetzt? Statt da unten auch einer. Den Ecke jetzt nicht mitgekriegt. Ich geh zum Höre. Da oben am Turm ist noch einer. Der ist bei der Gatling, der kommt jetzt wieder an. Pass auf, da kommt ein Gepanzerter. Mhm. Und der rennt. Uh, tututututu. Naja, der kommt schon wieder zurück. Alles gut. Ich guck nach den anderen Schweinen. Danke. Vorsichtig, hier stehen nur ein paar. Am Pfeuler steht einer. Okay, jetzt nicht mehr an der Container. Am Container. Blauer. Der andere ist oben. Mach hin, der kommt grad runter. Alter. Ja, Entschuldigung. Maaan. Seitdem geh ich, glaub ich schmeiß mich weg. So, hat nicht geklappt. Ach. Wollen wir jetzt wollen? Hm. Kannst du noch mal versuchen? Danke. Warten wir nicht. Danke. Nein, ich wollte dich nicht verbluten lassen. Alter! Hä? Wo sind Trägen jetzt, äh? Fred. Freds. 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 Ich bin oben. Genau. Durch die Mauer. Sieht mich einer. Würdest mich verarschen. Was zum? LOL! Aufpassen, in die Richtung, in die meine Beine gucken, ist nur ein MG-Schütze. Okay, dann halt auf die andere Nummer. Pass mal auf meinen Arsch, auch von oben rum welche. Der weg ist ja. Der wird nicht über die, über die Brust so geschmutet. Ihr wird nicht überlebt. Hahaha. Und das schon gar nicht. Hä? Bist du noch einer im Leben, oder? Oh ne, doch nicht. Oh lol. Die hab ich schon mit 10 Cent gar nicht gesehen. Oh. Oh. Was röchelt denn da? Oh. Weg hier. Handkannabas. Was sagen, Dragon. Handkannabas bei dir. Ach, da ist der Hickey. Ich denkst du, warum ich dann eben grad die Beine in die Hand genommen habe? Ja, ich dachte mir. So, einer weniger. Ist der in der Bude noch was? Nö. Ich muss die Bude auch noch rein. Alter. Was haben die Rebellen gefunden? Was haben die Rebellen gefunden? Ja. Ist der oben noch was? Ja. Es ist echt knackig inzwischen. Ach, geht doch noch. Ich meine, vergreifst du davor. Ja. Ja. Aber an sich geht doch, geht trotzdem eigentlich. Ja, ja. Geh du das. Ab ihn, er ist tot. Hm. Dokumenti. Dokumentari. Kannst du machen. Nice. So, wo hast du das Dokument gefunden? Ach da. Können doch Dokumentalisten sein. Oh, fängt schon wieder an zu schiffen, ey. Meine Frisur. Oh. Freiwetter, top. Freiwetter, saft, ne? Freiwetter, saft. Freiwetter, saft. Faste hier, faste später, faste ich ganz allein. Faste, faste oder gar nicht. Richtig. Ein bisschen höher jetzt gleich. Fass mal ins Gesicht. Boah, hier gibt's Rad zu fahren. Gute Preise. Gute Besserung. Nein, wir gucken nicht zu viel Werbung. Wie kommst du da rauf? Kann ich auch nicht nachvollziehen, ey. Gar nicht. Hm. Drin ist nur noch ein Dings, oder? Gibt's hier noch was? Ja. Ein kleines Kapitallager. Kapitalanlage? Ja. In Form von Rebellen. Tango getötet. Halt er sich das definitiv weg. Ah. Ah. Wahrscheinlich hier hoch. Hm. Hm. Ich beam's mal kurz hinten. Hm. Nee. Ich glaub hier nicht. Also zumindestens habe ich das Babyplanschbecken gefunden. Oh, das ist nice. Babyverschrecken? Babyverschrecken? Babyplanschbecken. Zwei Stück mit Katzen dran. Oh, romantisch. Hm. Hä? Ach hier. Da ist es. Spare. Open. Und weiter geht's. Ach, wir hätten gar nicht hochgemusst. Die Babyplans flüchten. So. Haben wir zu flüchten? Flüchten. Okay. Dann würde ich sagen. Ab zum nächsten. Handy to go. So. Müssen wir jetzt mal warten. Sie ist halt jetzt kurz weg. Hm. Ups. Ja. Haupttierfütterung. Tut mir leid. Wenn nicht, dann renn schon mal vor. So. 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 Dann muss ich nur den Handy reinsetzen. Mhm. Sollen wir schon mal fliegen? Möhre? Wissen nicht. Steig mal alle in einen Heli. Ich komme mit den anderen hinterher. Kürze. Der andere ist kaputt. Da fehlen die Flügel. Ich hol mir gleich einen neuen. Der hat die Flügel gestutzt bekommen. Die waren zu lang. Ja. Ist ein Zuchtheli. Genau. Schon klar. Ich züchte auch gerne Helis. Die sind immer so kostengünstig bei der Zucht. Ja. Und der Pax reicht gleich. Die Flügelstürzerprämie. Die Flügelstürzerprämie. Die Flügelstürzerprämie. Die Flügelstürzerprämie. Und der Flügelstürzerprämie. Gesellschaft? Zweiklassen- oder Einklassen-Gesellschaft? Unterste. Ey. Warum kann ich nicht aussteigen? Du darfst nicht. Abverboten. Captain hat gesagt nein. Computer sagt nein. Dein Ernst jetzt. Alexa, aus. Alexa sagt nein. Seht mal da. Waffenkiste. Oh, kann ich gebrauchen. Oh, es klappert der Stuhl. Ein bisschen Stuhl geklappert zum Abend. Oh, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Jo. Jo. Ganz schnell weg, Stuhl. Eieieiei. Ich bin der Pilot. Genau, ich setze mich schon mal als Beifahrer hin, weil ich den Hedi fliegen will. Kann man so machen. Erstmal gucken, wie groß ist denn das Gebiet noch? Die sind noch genau. Ich mach den untersten Punkt gerade mal, den ich sehe. Und dann gehe ich die Map nochmal nach oben. Und was werde ich euch denn hier noch? Alles Schönes. Ich bin der Pilotist. Ich bin der Pilotist. Ja. Vor allem, da Relax. Wir können dem Scheißdokument hier her fliegen. Ich hoffe, dass rentiert sich. Ah, was ist denn da noch? Ich glaub hier ist nix, oder? Ich glaub Jesus hier ist echt hart, ey. Da liegt sogar einer auf Jesus. Ist hier auch einer? Offensichtlich nein. Griesda ist ausgeflogen. Hi. In allem war die Bahn. Nimm jamm. Zeit am Boden. Oh, da hat jemand Hunger, hä? Ja. Auf die Fütterung. Miau. Bitte einmal Viskas. Ich bin leider da. Ja, ich wollte da nur ein bisschen näher zum... Mit der Treppe nuscheln brauchst du noch nicht. Mit der Treppe nuscheln. Moment, du markierst da oben und fliegst aber zurück. Was ist das für eine Geschichte? Ich hab grad die Markierung gesucht. So. Also wenn ich den Kopf zur Minimap drehe. Das ist ein bisschen länger, als wenn ich einfach nur straight ahead gucke, wo die ist. Das finde ich halt so geil, dass es halt direkt im Nachfolger, was ja gelöst ist, dass ich die Minimap halt mehr zentrisch hab. In eine kleine Gruppe Gegner. Weißt du, die Charfstütze nicht. Was für ein Charfstütze? Da oben war einer. Die Betonung liegt auf wahr. Scheiße. Dafür kann ich ja nichts. Haben die Schüsse gehört? Nee. Ich glaub, die haben Drang gesehen. Ich hoffe mal. Okay. Viel Spaß, Spannung für die ganze Familie. Ruhe. Geh mal im Sack. Ah. Da unten knallts. Übersetzung, bitte. Neuplan. Oh, da kommt mal einer hoch. Hm. Da kam einer hoch. Fahrzeuge in Anmarsch, 2 bei uns, ich hab mal eben Waffe gewechselt, dass sie raussteigen wollen, ja wollen sie. So aber ist sonst noch irgendwas? Ne, das wars. Zwei Sachen, oder? Ja. Wo war noch was? Das war ehrlich nur der Fertigkeitspunkt, weswegen ich hergekommen bin. Dafür so ein Trubel? Ja. Echt anstrengend. Ah, hier ist noch was, ja. Scheiße, wie komm ich jetzt hier rüber? Mann, es ist ja ein Luftverkehr hier. Auf den Leelane hier. Oh ne, über den Stacheldraht ist nicht so gesund. Könnt wehtun. Ich hab ein Zierwein dritten. Was? Servisier? Wenn wir jetzt bei der Sinsalte Blastix Robolex? Haha. Bei den Briten? So. Wo geht's lang da oben? Ich weiß noch was mit Fragezeichen gehabt. Ne. Drei Fragezeichen. Daniel, so richtig was los heute. Ja. Party! Vor allem bei dem Schweizer Wetter hier. Disco Pogo. Klingelingeling. Alle Klingeln singen. Alle Klingeln singen. Alle Klingeln singen. Nach fünf Tangos. Noch fünf Tangos, dann kommt Balter. Ja. Da ist Nummer 10. Oh. Okay. Also hier vorne ist tote Hose. Ja, weiter hinten hocken sie alle, ja. Ja, ist natürlich. Stimmt hockenheim. Na komm, nur wieder zurück zu Bogen. Alter. Richtig. Oh. Äh, ne. Hier ist auch noch einer. Was sagen wir ab hier. So, Klärwerk ist sicher. Ich erkenne eine kleine Gruppe Gegner. So, zufrieden Herr Möhre. Hä? Zufrieden Herr Möhre. Sollte ich jetzt Schalldämpfer nutzen. Kannst nicht mehr rummeckern. Das ist ein Netz zueinander. Zumodo. Das ist ein Netz pur. Ah, da ist ja noch einer in der Ecke. Ja guckst du. Am besten bevor du rein gehst. So. Wie geht's da hoch? Nee. Okay. Er hat mir meinen Kill geklaut. Wer? Das ist sicher nicht. Der Typ hatte gerade ein Visier vor dem Stallcontainer da. Okay. Kann man mit Heddy runter wegen Munition? Ja. Boah. Ist nice. Also wo daher? Nice, ja. Fertig. Gab's hier irgendwo Munitionsküsten? Ja. Zwei Stück. Links hier beim Heddy. Bei uns. Okay, warte. Ich muss jetzt den Heddy wegschießen, Herr Stott. Oh, was sind denn das für schöne Schwimmbecken hier, he? Na dann gehen wir baden. Viel Spaß. Nee, danke. Hab kein Puck in der Kloake zu baden, ey. Na komm, runter mit dir. Nö. Na komm. Ich geh nicht in den Kacke baden. Ach komm. Trau dich, trau dich, trau dich. Heddy abgesoffen. Heddy. Heddy hat jetzt den Heddy baden geschickt, oder? Ja. Heddy hat jetzt endlich mal seinen Brot geschissen. Heddy abgesoffen. Du bist echt ein Held, ey. Da ist ein Scheiße baden hier. Du, der Heddy läuft doch noch. Wir drehen die Rotabletter, könnt ihr einsteigen. Hä, was macht Dragon da? Was machst du da? Du schwebst in der Luft. Ja, du aber auch. Na, du ich erst. Ach ja, Moment, ich hab ja ein Video noch machen. Dragon, du bist die neue Tinkerbell. Ja, ja. Du hast so viel Kraft in der Beetle. Wie geil. Hä, geil. Ich bin wo ganz anders. Ja, das ist mir schon ein paar Mal bei dem Spiel aufgefallen. Weil ich von in deiner Blickrichtung gesehen bin ich rechts von dir. Das ist super. Auf dem Boden. Ajo. Komm mal in den Heli. Ajo. Ajo. Wann wollen wir weiter? Ja, Bash will dem Heli noch weiter nachtrauern. Was? Quatsch? Achso. Ihr beide seid den Namen nachtrauern, weil ihr beide da oben steht. Richtig. Nö, ich hab schon im Heli. Guck mal gerade, da ist ein Fragezeichen. Äh, ja. Welch im Heli auch ist die? Ihr müsst mir theoretisch dann sagen, wenn ihr im Heli seid, ja? Wir sind im Heli, beide. Gut. Das liegt schon mal aus. Bei uns steht er da noch. Richtig. Ach so wild. Lass mal stehen. Ja, das ist ein bisschen verbuggt, würde ich sagen. Ist ein Doppelgänger. Hä? Ich seh auch nur drei Leute im Heli. Ich seh, ich seh vier. Ich bin da aus, ich darf das. Hat die Rebellenaufklärung was gefunden, da ist noch einer da drüben. Hä? Geil. Hab ihn. Er ist gleich wieder angeschissen. Mäh. Warum rätst du das jetzt alleine hin? Weil ich hier die Dinger machen wollte hier. Kann ich mal bitte die Tür eintreten? Danke. Wegtreten. Habe ich doch gerade. Die Tür weggedreht, reicht doch nicht. Die Dinger machen. Achso. Welcher, die ist mir? Hä? Da habe ich doch eben schon was reingemacht. Kann das jeder nehmen oder was? Nein. Also irgendwie bug das Spiel habe ich das Gefühl. Wir sollten vielleicht mal kurz neu starten. Ja. Wäre sinnvoll. Ja. Weil in das Fass, wo ihr eben dran wart, war ich davor eben auch. Das Lustige ist, ich sehe euch nicht hier. Geben mal ein Desktop. Gebt mal ein Desktop. Aber ich glaube für mich wird es heute Feierabend sein, weil ich morgen früh raus bin. Achso. Du machst schon weg? Ja. Ich bin ja morgen nie da. Schade. Ich bin dann am... Ich bin am Leute, die da da. Na gut. Dann kommt die Aufnahme zu Ende. Dafür bin ich ja Montag weg. Ja. 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 Ja.